Na, junge Frau, wie wär's mit einem wunderschönen Tannenbaum? Wunderschöner Tannenbaum. Habt ihr euch das mickrige Teil einmal angeschaut? Dann nehmt der. Der steht im Saft. Der steht im Saft. Der ist mir ein bisschen zu breit. Habt ihr ihn vielleicht ein bisschen schmaler? Vielleicht auch ein bisschen höher, aber nicht zu hoch. Er darf aber auch nicht zu klein sein. Auf keinen Fall so. Vielleicht aber ein bisschen anders wie der. Wisst ihr was? Geht doch nach Büdingen und schaut euch eine Erlebnisführung an. Tannenzweig und Lichterglanz und lasst mir die Ruhe. Bekomme ich dann mein Tannenbäumchen?